Wenn ich auf Male bin, ist ganz klar, dass ich mich sofort nach Palma in die Hauptstadt begebe und da zu Daniel wandere. Daniel verkauft den besten Big Pork Smoket in Mallorca oder in Palma de Mallorca. Er freut sich immer, wenn ich komme und ich kaufe die Schlegel dann auch ein. 4 Jahre und 3 Jahre. Diese zwei Tiere nur essen Acorn, die Frut und diese Tiere nur essen. Enjoy! Have a good day! Enjoy!